Die Gruppe C, die Entscheidung, Costa Rica gegen England bei der PES 2011-Poknose. Entschuldigung, in der Gruppe D sind wir. D. Vidora. Hören wir uns jetzt die Nationalhymnen an. Hansi Küpper, was erwartest du von diesem Spiel? Ja, es sind schon eigene, eigene, ein paar Entscheidungen gefallen bei der PES 2011-Poknose. Und zwar in der Gruppe A, Kamerun-Brasilien 1-2, Kroazien gegen Mexiko 0-1. Damit ist Brasilien und Kamerun im Achtelfinale. Bei der FIFA 14-Poknose ist der Brasilien gnadenlos in der Gruppe ausgeschieden. In der Gruppe B, Australien gegen Spanien 2-2. Holland, Chile 3-1. Damit ist Spanien und Holland, die beiden Favoriten, im Achtelfinale. Dann in der Gruppe C. Japan, Kolumbien trennen sich 0-0. Damit war klar, dass Griechenland und die Erfmeinküste im Achtelfinale stehen. Diese Partie endete 2-2-1. Damit haben wir folgende Achtelfinale Begnungen im Moment. Brasilien gegen Holland, wird sehr interessant. Und Spanien gegen Kamerun. Und wenn ich mich jetzt nicht großartig täusche, muss Uruguay, sagen wir mal, die wählen jetzt wirklich 1. Gruppe D, gegen die Elfenbeinküste. Soweit der Stand bei der PES 2011-WM 2014-Prognose. 15 Minuten der ersten Halbzeit sind vorbei. Ja. Die Schoßen 16er mal abzuziehen. Ja. Da. Die Schoßen 16er. Wenn Sie die , Jetzt heißt es Mann gegen Mann. Jetzt wird er es wissen. Gut geklärt. Das ist effektives Defizitspiel. Er könnte es versuchen, die Schuss im 16er-Mal abzuziehen. Geklärt. Dicker Hund des Torhüters, aber die Abwehr kam zu Hilfe. Früh hereingeflankt. Jetzt wird es kritisch. An die Latte. Er spielt den Ball erstmal weg. Gerard. Jetzt hat er etwas Raum. Gute Anschlussposition. Da ertönt der Pfiff. Halbzeit. 0 zu 0. Ich bin überrascht, dass es hier unentschieden steht, weil in Sachen Spiel- und Raumaufteilung ist das noch lange nicht der Weisheit letzter Schluss. Wenig passiert. Spielstand 0 zu 0. Es geht weiter. Also steht nur zu 0. Keine Tore bis hierhin. Wir hoffen auf Besserung. Der Pfiff geht weiter. Jetzt geht's so. Kommen Sie noch einmal vors Tor und ein Mitspieler ins Strafraum, den will er wachen. 60 Minuten sind durch, über die Abwehr gelupft. Das sieht man selten. Ein Spieler seines Formats versemmelt eine hundertprozentige. Und plötzlich herrscht für den Angreifer die ganz große Freiheit. Er steht allein vor dem Torwart und er nutzt seine Freiheit nicht. Es wird gewechselt. Ein Zuckerpass, genau durch die Mitte. Jetzt liegen sie vorne. Und jetzt geht es rot hier im Stadion. Das ist die Führung. Ich weigere mich allerdings, hier schon von einer Entscheidung zu sprechen. Und ich glaube, dass jetzt England raus ist. Als er den Ball bekam, hatte er nur einen Gedanken. Und was dann dabei rausgekommen ist, das sieht man hier an den jubelnden Fans. Sie werden einen neuen Mann bringen. Was ist denn da mit der Abwehr los? Er wollte es alleine machen, aber alle anderen Optionen wären besser gewesen. Da steht er völlig allein, weit und breit kein Gegenspieler. Das Ding muss er machen, das weiß er auch. Aber er lässt die Chance liegen. Das wird ein Eingriff. Wir nähern uns der letzten Viertelstupe des Spiels. Schön durchgesteckt. Bria herein geflankt. Und ausgleich. So kurz vor Schluss. Jetzt bin ich gespannt, was jetzt noch kommt. Das ist die Riesenmöglichkeit. Eins gegen eins. Nur noch der Torwart vor ihm. Und er nutzt die Chance und macht sein Tor. Der Trainer und die Mannschaft werden hier und da schon angefeindet. Die Fans sind mit der Leistung unzufrieden. Der Trainer will einen Wechsel vornehmen. Das ist die Führung für Costa Rica. Und jetzt ist England wieder raus aus dem Wettbewerb. Laut der PES 2011. So etwas macht man nicht. Sie haben zu lange gefeiert. Sie haben sich zu sehr gefreut. Sie haben den Ausgleich erzielt. Und weil sie dann nicht hellwach waren, sind sie schon wieder in Rückstand geraten. Die Fans stehen wie ein Mann hinter ihrer Mannschaft. Was für eine Atmosphäre. Der absolute Wahnsinn. Guter Lauf. Und seit dem Wechsel. Wirklich solide Abwehr. Da kann er doch gar nicht vorbeischieben. Genau auf den Körper des Torwartes. Sie sollten den Trainer jetzt mal sehen. Der ist fertig. Aber ist ja nochmal gut gegangen. Zurückgepasst. Er ist immer noch am Ball. Mann, 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 Mann. Der Pfosten ist heute der beste Freund des Tors. 3 zu 1. Mit diesem Schlag braucht er mit Flo aus und kontrollieren das Spiel. Also sehr viel genauer kann man das, denke ich, nicht machen. Vom linken Pfosten kommt der Ball über die Linie. Und ein bisschen Glück war natürlich auch dabei. Ja. Und wie ich gesagt habe. Costa Rica weiter. England raus. England mit ein einzigen Pünktchen. Und Italien mit vier Pünktchen. Uruguay und Costa Rica als Gruppenerster und Zweiter durch. Griechenland gegen Uwey im achten Finale. So, das war's. Das Spiel ist aus. Heute stimmte beides. Die Leistung und das Ergebnis. Laut der Friestverlust-Endprognose. Bis zum nächsten Mal. Euer Manuel. Ciao. Sie haben die auf diesen Überraschungssieg gelandet.